Moin Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir und zwar spielen wir hier Minecraft. Das Hafenprojekt haben wir gestartet. Meine Freundin und ich haben schon mal angefangen und vielleicht suchen wir noch ein paar Mitspieler, die vielleicht auch Interesse hätten oder haben. Müssen wir mal gucken, dann müssten wir den Server nochmal erweitern, also wir haben jetzt einen eigenen Server, auch einen kleinen aber nur. Und wir haben jetzt da 40 Minuten lang aufgenommen, wie wir den Hafen ausbauen, also aufbauen. Und das habe ich natürlich nicht 40 Minuten lang gemacht, sondern ich habe es verkürzt. Und zwar geht das alles in Schnellformat und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und jetzt genießt erst mal das Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.